Und das ist gegen Bandscheibe, ich hier ist Rockenschmerzen, und das gegen Schnarchen, und das ist gegen Arthrosa und Geld, und das ist zum Abnehmen, aber nicht hier oder hier, nur Fett und Wasser, und 7 Liter. Und das will man halt schlupfen und Kopfschmerzen, höchsten Bronchitis, und das Rezenus, wenn man nicht nachtualist, in Deutschland haben sie Rezenusöl, und das ist Kamele, und das ist für Blutzirkulation, und das gegen Exilpsuliasis, und das ist gegen Migräne, und das ist für kleine Kinder, gegen Akne und Pickel, und das ist Oregano, und das ist Hina, und das ist Lohbiolyte, und das Rosemarie, und wir haben hier gewirkt, ja, willkommen zum Gucken. Auch, eine ganze Apotheke, was will man mehr? Jetzt müsst ihr auch gucken gehen. Und, habt ihr auch Safran? Ja, natürlich, weil uns Safran ist sehr zuure, und wir Marokkaner, sie arbeiten in Frankreich, in Belgien, und dann kommen hier dann mit dem Safran. Warum Safran ist zuure, haben wir da? Weil es per Hand geschickt wird. Stimmt, und noch was. Weil Safran ist Medizin, ist gut von Herz, Blutzirkulation und Antistress. Inger, ja. Inger, ja. Und das sind Chineschafen, und das ist Kurkuma, und das Safran, und das ist Koriander, und das sind Fischgewürze, und das ist unser Curry, und das ist ein Zimt, und das ist ein süßer Parfüm. Weil bei uns Berberleute, die kein Alkohol machen im Islam. Ja. Das ist unser Parfüm. Ja. Ja. Und das ist es. Berber Viagra von Mann. Das macht warm. Ja. Und willkommen ein Tee trinken. Willkommen. 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 So sagt man Sahar. Bei uns Brot dazu wollen. Sahar. 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 Wie heißt der Tee? Berber Tee. Berber Tee. Ohne Zucker und Natursüß. Und diese Hand, und diese Handvoll kann man nicht wegschmeißen. Ist für einen Tag. Ach so. Nehmen wir nur heißes Wasser und dann wieder kochen. Wir kaufen hier leckere Gewürze und Tee. Und Chris hat noch eine Kurkuma-Wurze mitgenommen. Mama hat Safran gekauft. Ja, die haben hier tatsächlich alles. Servus. Dann zur Erkšelle Eingabe. Die Hände. Inherte. Keine Bar. Keine Bar. Nehmen wir mal auf Zeichen. Bekalken die Hände. Keine Bar. Die Hände. Änguỗste Eingabe. Dann können Sie sich gerne abonnieren. Tein die Hände. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020